Der war ein Freund von Lance Armstrong, ist heute einer seiner großen Kritiker. Wir reden gleich mit ihm, über ihn, über Armstrong und über diese Geschichte, Hermann Falkieser. Lance Armstrong heute, nur noch eine Karikatur vergangener, ruhmreicher Tage. Die große Story 2012 vom Fall eines Sporthelden. Der Zeitzeuge Hamilton hat die dunklen Machenschaften jetzt in einem Buch niedergeschrieben. Schockierendes Protokoll einer Doping-Ära. Tyler Hamilton oder wie dieser unscheinbar wirkende Mann aus Montana die Fassade eines der größten Sportstars der Geschichte mit zum Einsturz brachte. Bei uns jetzt, Tyler Hamilton. Gut, dass Sie da sind. Danke, Frau Hörner, Michel. Herr Hamilton, Sie waren ein erfolgreicher Radsportler. Sie sind mit vorne gefahren bei der Tour de France und Sie waren gedopt. Können Sie auf irgendwas stolz sein in Ihrer Karriere? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin stolz darauf, dort hingekommen zu sein. Sauber immerhin bis zum Frühjahr 1997. Ab dann waren die Ergebnisse nicht zauber. Dann kann ich nicht stolz sein mit leistungssteigernden Mitteln. Aber wie ich dorthin bin, darauf bin ich stolz. Danach ist das eine andere Geschichte. Das sehe ich nicht als gute Jahre. Das macht mich traurig, wenn ich die Bilder sehe. Warum haben Sie dann irgendwann die sogenannte Omerta, das Schweigegelübde, diese Mauer des Schweigens durchbrochen und haben Ihre Geschichte erzählt? Ich bin nicht so direkt raus und habe direkt gesprochen. Das war nichts Heroisches. Ich bin ja auch verhört worden und musste dort die Wahrheit sagen, sonst gehst du ins Gefängnis. Ich bin ja auch gedrängt worden. Ich wollte das eigentlich nicht, aber ich war schon dazu gezwungen worden. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, dann die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Mir war das vorher gar nicht so klar geworden, wenn ich einmal anfange. Aber wie toll sich das anfühlt. Da war ein solcher Stau mit diesen Geheimnissen in mir. Ich hatte mir das nicht vorgestellt. Das floss nur noch so raus. Ich habe, glaube ich, sieben, siehmeinhalb Stunden zu denen gesprochen und das hat mein Leben verändert. Haben Sie auch ausgepackt, um straffrei aus der Sache rauszukommen? Nein, nein, nein. Klar haben die gesagt, komm mal rein, das ist die Grand Jury auf Bundesebene, da musst du einfach auspacken, da musst du alles sagen. Bei mir sprudelte das nur so aus und es fühlte sich so verdammt gut an. Endlich die Wahrheit zu sagen. Ich habe meine Familie, Freunde, jahrelang belogen, die Öffentlichkeit mich versteckt. Ich bin nicht hinter verschlossenen Türen herausgekommen und das hat mich innerlich auch beschädigt. Ich bin ein taffer Typ, aber das war alles ein bisschen viel für mich. Schwer zu ertragen. Und als das rauskam, da floss das nur noch so. Und ja, von dem Moment an habe ich gesagt, ich möchte die Wahrheit sagen. Aller Welt, das war der Augenblick vor dieser Grand Jury, die die Dokumente auf den Tisch legten. Zu Lance Armstrong haben sie Folgendes gesagt. Lance würde, wir sehen das auch gleich nochmal eingeblendet, Lance würde lieber sterben, als etwas zuzugeben. Das klingt martialisch. Warum ist das so bei Ihnen? Warum kann er nicht Ihren Weg gehen? Lance ist auch so ein taffer Bursche. Der hat jetzt natürlich Druck ohne Ende. Jede Menge Druck. Ich hoffe, er kommt noch raus mit der Wahrheit. Ich weiß, er ist ein sehr harter Kerl, der versucht, sein Leben so weiterzuleben und weiterhin nichts zu sagen. Aber es würde ihm verdammt gut tun, die Wahrheit zu sagen. Und ich weiß 100 Prozent, dass er leidet wie ein Hund im Augenblick. Und mit der Zeit wird ihn das von innen zerfressen. Das ist ein Prozess, muss man erkennen. Und er wie viele andere, die sitzen ja alle im selben Boot. Die durchlaufen jetzt diesen Prozess, die sehen, was heute passiert im Radsport. Und am Ende werden sie rauskommen mit der Wahrheit. Und für Lance kann ich das nur hoffen. Wir werden heute über Sie reden, über Ihren Weg zum Doping, über Doping-Praktiken, über Lance Armstrong, über die Beteiligten, über die Zukunft des Radsports. Wir werden die Runde dann auch noch erweitern. Aber beginnen wir mal bei Ihnen. Wann und wie haben Sie zum ersten Mal gedopt? Es ging los im Frühjahr 1997. Das war mein erstes volles Jahr in Europa, einer Tour nach der anderen, wenige Monate vor meiner ersten Tour de France, wie ich damals hoffte. Der Teamarzt hatte jede Menge Erfahrung, hatte für angesehene Teams gearbeitet, kam ins Hotelzimmer und sagte, pass mal auf, hier ist so eine kleine rote Pille, nimm die mal, da ist Testosteron drin. Das ist aus Gesundheitsgründen besser für dich, deine Gesundheit, wenn du das mal schluckst. Und was ging da vor in Ihnen, als Sie dann diese rote Pille in der Hand halten? War das eine Schwelle, die Sie übersteigen mussten oder war das wie so ein fließender Übergang? Schwieriger Augenblick für mich. Ich wusste in dem Moment, wenn du das jetzt schluckst, diese rote Testosteron-Pille, dann bist du offiziell ein Doper. Aber zwei Herzen in meiner Brust, die eine Hälfte fand das toll. Das Team glaubte an mich, deswegen kommt ja auch der Teamarzt und sagt, hier, wir fangen mal an. Setz mich auf ein Doping-Programm, läd mich ein in den inneren Circle, wenn du so willst. Und ja, das spricht dich an. Es geht los mit einer kleinen Testosteron-Pille, aber einen Monat später bist du bei EPO, Bluttransfusion, Eigenblut, dann geht das so weiter. Traurige Geschichte, ich mit meinen 41 schaue heute zurück und habe jede Menge schlechte Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Meine Eltern hatten es mir eigentlich besser beigebracht, aber ich bin froh, dass ich wieder in der Spur bin. Bleiben wir noch mal bei der Situation. War das für Sie denn sowas wie die Entscheidung, entweder aussteigen oder mit Doping weitermachen? War das so zugespitzt? Wenn ich sauber rausgekonnt hätte, wenn ich Nein hätte sagen können dem Arzt, als der mit diesen Pillen vor mir stand. Aber, weißt du, das stand schon, das Meneteckel stand schon an der Wand, das wusste ich schon. Immer bestenfalls mitten im Feld, frustriert zu fahren. Ich wusste, jede Menge Burschen waren besser als mich, ziehen mich ab auf dem Rad vielleicht, weil sie dopen. Und kurz danach, wenn ich Nein gesagt hätte, wäre ich wieder in die Schule gegangen, hätte aufgehört. Wollte ich jetzt getan. Viele standen ja vor dieser Situation. Nur damit wir mal die Größenordnung sehen, nach Ihrer Einschätzung. Wie viele waren bei der Tour gedopt in Ihren Zeiten? Wie viel Prozent der Fahrer? Ja, wir sprechen von meiner Zeit damals, für heute kann ich nichts sagen, für das Feld von heute. Aber 80 Prozent Minimum damals, 80 Prozent. Konnte man unter die ersten zehn fahren ohne Doping? Nein, überhaupt nicht. Also muss man aus deutscher Sicht sagen, zum Beispiel Jan Ullrich war auch gedopt, anders geht das gar nicht. Also ich wäre nicht unter die ersten zehn gefahren. Ob Jan das auch so konnte, keine Ahnung. Das ist eine traurige Geschichte. Das sind auch schwierige Augenblicke immer mit dem Radsport. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt alle Fakten auspacken aus der Vergangenheit. Wenn wir das nicht machen, würden Sie sagen, sowas in der Vergangenheit, wie wollen wir etwas und warum? Wie wollen wir dann etwas über die Zukunft aussagen und einen guten Plan hinlegen? Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden, bevor wir uns an die Zukunft machen. Sie haben diesen Schritt gemacht. Es gab einen Leitsatz von Lance Armstrong, den Sie auch oft erwähnen in Ihrem Buch. Auch den blenden wir nochmal ein. Was du auch tust, sagen Sie beide da. Die anderen Scheißkerle tun mehr. Wie haben Sie Doping vor sich gerechtfertigt? Klar, damals wusste ich natürlich, dass das nicht in Ordnung ist und unterm Strich hätte ich es nicht tun sollen. Ich hatte keinen Pistolenlauf an der Schläfe. Ich habe frei entschieden und falsch entschieden. Ich habe mich besser gefühlt. Ich habe das ja lange gemacht, klar, indem ich mir sagte, alle anderen machen das doch auch. Ich muss es machen, sonst komme ich gar nicht mit, so wie die anderen. Aber keiner wusste genau natürlich, wie viel die anderen schluckten. Das ist ja klar. Im Feld rief man sich mal was zu, so von einem Rad zum anderen. Aber auch beim US Postal Team. Sie haben ja auch immer gesagt, es gibt diese zwei Welten. Es gibt die Bruderschaft, die Radfahrer und es gibt die Welt draußen. Man muss dazu sagen, Ihre damalige Frau Haven war eingeweiht. Sie wusste von allem. Aber Ihre Eltern haben Sie angelogen über viele Jahre hinweg. Sie haben Ihrem Vater in die Augen geschaut und haben gesagt, Dad, wenn ich diese Mittel brauche, wenn ich Doping brauche, um erfolgreich zu sein, würde ich sofort aussteigen. Wie konnten Sie so abgebrüht werden, so zu lügen gegenüber Ihrem Vater? Youssef, Sie haben zu Ihrem Vater gesagt, wenn ich Doping brauche, um erfolgreich zu sein, dann würde ich aufhören. Wie konnten Sie so abgebrüht sein, das zu Ihrem Vater zu sagen? Ich habe das ganz vielen Leuten gesagt, nicht nur Ihrem Vater. Es ist peinlich natürlich. Ich schäme mich zu Tode, wenn ich diese Bilder sehe, diese ganzen Lügen. Das ist ja ganz entsetzlich. Das kann ich heute noch. Das tut mir wahnsinnig leid, allen, die ich belogen habe. Es tut mir irrsinnig leid. Ich schäme mich auch für das, was ich getan habe. Ich war ein guter Schauspieler. Und wurde immer besser als Lügner. Wenn man jetzt diese Bruderschaft noch mal genauer ansieht, wer gehörte dazu? Die Fahrer? Gehörten auch die Teamchefs dazu? Wussten Sie Bescheid? Wussten die Ärzte Bescheid? Wussten die Mechaniker Bescheid? Wer gehörte zu diesem inneren Kreis der Leute, die genau wussten, was passiert? Damals, wir schauen auf die frühen Jahre. Da war jeder eingeweiht. Gar keine Frage. Die Mechaniker, die haben natürlich nicht die Spritze in der Hand gehabt, aber die waren ein Jahr oder Zeit im Team, da wussten die genau, was los war. Die haben immer in die andere Richtung geguckt. Kommen wir nochmal zu Lance Armstrong. Waren Sie mal befreundet? Befreundet? Ja, ein paar Jahre waren wir Freunde. Teamkameraden. Ab 98. Als er von seiner Therapie zurückkam. 99, 2000, da waren wir ziemlich eng miteinander. Haben auch in der Nachbarschaft gewohnt, jeden Tag zusammen trainiert, dieselben Rennen gefahren. Ich wusste viel von seinem Leben. Hinter geschlossenen Türen, leider. Wie offen haben Sie über Doping geredet? Ja, ja, open. Ganz offen. Wenn du im Training fünf, sechs, sieben Stunden nebeneinander fährst, dann redest du irgendwann über alles. Lance Armstrong hat gedoppt wie ich und jede Menge andere Fahrer. Das Problem ist nur, es geht weit über die Fahrer hinaus. Ich nehme die Verantwortung auf mich für das, was ich getan habe. Es geht weit hinaus über die Fahrer. Das müssen wir ganz klar sehen. Wir haben das der Vergangenheit ein Riesenproblem. Und ich hoffe, noch andere werden sprechen, rausrücken. Denn sonst kriegen wir immer dieselben Probleme wieder in den nächsten Jahren. Um das nochmal festzuhalten, was Sie alles über Lance Armstrong gesagt haben. Weil das war ja lange Zeit, die Diskussion in den letzten Jahren, die Figur Lance Armstrong. Sie haben zum Beispiel gesagt, mit der Zeit fassten Lance und ich Vertrauen zueinander und redeten offener. Wir sprachen darüber, wie viel Epo wir pro Dosis nahmen und wie viel es uns brachte. Nächstes Zitat. Eine der sichersten Methoden, Lance in Rage zu bringen, war, sich über Doping zu beklagen. Nächstes Zitat. In Lance's Denken ist Doping eine Konstante des Lebens, so wie Sauerstoff und die Schwerkraft. Haben Sie mit ihm nur darüber gesprochen oder haben Sie auch gesehen, wie er gedopt hat? Klar habe ich das gesehen. Was haben Sie da gesehen? Das erste war Epo, was ich gesehen habe, wie er es nahm. Er hat mir auch was geliehen. Hier ein paar Mal, hier hast du ein bisschen was davon. In meiner Laufbahn, auch Bluttransfusionen durchzuführen, habe ich ihm gesehen. Testosteron zu schlucken. Klar. Die üblichen Dinge, die harten Dinge, die besten, die es damals gab. Wir wollen jetzt noch mal genauer hinsehen und uns fragen, wie funktionierte dieses Doping-System und welche Rolle spielten die Ärzte dabei? Ralf Panitschek. Sie manipulieren das Blut für mehr Ausdauer. Sie spritzen Mikrodosierungen, Epo und andere Mittel wie Testosteron für eine bessere Regeneration. Keine geheimen Wundermittel, sondern vor allem altbewährtes, aber richtig angewendet, äußerst schwer oder gar nicht nachweisbar. Es sind die Mediziner im Hintergrund, die Doping für Betrüger so erfolgreich macht. Lance Armstrong vertraute seine ganze Karriere über Michele Ferrari, der Italiener von vielen nur kurz Dr. Epo genannt. Armstrong konnten Zahlungen an Ferrari von über einer Million Dollar nachgewiesen werden für sein Dopingprogramm. Doch Ferrari ist kein Einzelfall. Von Spanien aus wirkte der Gynäkologe Eufemiano Fuentes erfolgreich, bis die Guardia Civil sein Dopingnetz aufdeckte. Dutzenden Sportlern, darunter auch Tyler Hamilton, half der umstrittene Mediziner mit Unerlaubtem. Aber in so einem Netzwerk eingebunden zu sein, das erfordert eine hohe kriminelle Energie. Gerade von dem Arzt oder auch von dem Pharmazeuten, der da mitarbeitet. Und der sein Wissen zu etwas zur Verfügung steht, was nicht den Menschen nützt, sondern es ihm schadet. Dass ich eigentlich dafür plädiere, dass man solchen Leuten die Approbation entzieht und ihnen den Arztberuf verbietet. Nicht immer arbeiten die Sportmediziner im Geheimen. Im Fall der deutschen Mannschaft Team Telekom, später Team Mobile, waren es die Ärzte Andreas Schmid und Lothar Heinrich. Sie betrieben systematisch ihren Betrug, beide als offizielle Mannschaftsärzte. Herr Hamilton, Sie haben bei Postal v. Armstrong mit Ferrari zusammengearbeitet, mit Michele Ferrari, später auch mit Fuentes. Bleiben wir erstmal bei Ferrari. Da haben Sie folgenden Satz gesagt. Ferrari war unser Trainer, unser Arzt, unser Gott. Waren die Ärzte die entscheidenden Personen damals? Sie gehörten zu den entscheidenden Figuren, die sagten, wie wir zu trainieren haben, welche Leistungssteigeren Drogen wir in welchen Dosierungen nehmen sollten, um die Tests zu schaffen und uns den Kontrollen zu entziehen. Als ich seinem Programm folgte, bin ich nie durchgefallen und da habe ich jede Menge in mich hineingestopft. Bin nie erwischt worden. Der hat mir gesagt, wie ich es machen muss. Der empfahl dann auch die Dosierung. 1999 in der Tour hat er uns gesagt, wie wir das Epo applizieren. Haben eine Strategie gemacht. Ich habe es auch im Buch geschrieben, wie da ein geheimer Motorradfahrer hinter uns herfuhr, immer in der Nähe des Hotels blieb und dann den einen oder anderen Beutel, das Fläschchen mal abgesetzt hat, das wir brauchten. Der Fan, Fanatiker, Quadsport-Fan, kennt den Organismus, den menschlichen Körper, weiß eben auch jede Menge über Leistungssteigeren und steigende Mittel. Und wir haben offenen Ohres hingehört. Gab es ein Wettrennen der Dopingärzte untereinander nach dem effektivsten Dopingmittel? Gab es ein Wettrennen, eine Art Wettbewerb unter den Ärzten nach dem exklusivsten, bestfunktionierendsten Dopingmittel? Also fragen Sie irgendwann mal Michele Ferrari oder Fuentes, aber ich glaube schon, klar, die hatten ihren Ehrgeiz. Jeder suchte die Wunderdroge und wenn sie es dann haben, dann geben sie die doch nicht an ihre Kollegen weiter. Das war wie ein Wettrüsten. Sie haben gesagt, wenn wir nur vorsichtig waren, ein bisschen vorsichtig waren, konnten wir zu 99 Prozent sicher sein, dass man uns nicht erwischt. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, wie Sie sie ausgetrickst haben. Sie haben es gerade gesagt, mal kam ein Fahrer, Sie haben Dopingmittel in Cola-Dosen versteckt, in Sojamilchflaschen, haben sich in Hotels getroffen mit Ärzten. Sie haben schon beschrieben, welche Dopingmittel Sie alle genommen haben. Sie haben Narben hier an der Armbeuge. Zeigen Sie mal, wovon kommen die? Woher haben Sie die Narben? Ja, das sieht man noch ganz gut eigentlich. Kommt die Kamera gut drauf? Das sind die ganz kleinen Venen und Veniolen, wo das Zeug dann injiziert wird. Das waren halt da die Venen, da habe ich verschiedene Narben. Ja, die sind wie Tätowierungen aus der Vergangenheit. Kamen Sie sich da nicht vor wie ein Junkie, wenn Sie sich immer Spritzen da reinsetzen? Ja, klar. Also manchmal habe ich schon versucht, einen Schritt zurückzumachen. Das Leben läuft so schnell, dass du nicht viel Zeit hast, nachzudenken. Aber irgendwann mal den Schritt zurückzumachen, das Gesamtbild sich anzuschauen, das war dann natürlich was ganz Schlimmes. Ekelhaftes. Hatten Sie irgendwann auch mal Angst, das was daneben geht? Natürlich hast du das immer im Hinterkopf. Aber deswegen nimmst du ja auch dann die besten Ärzte, die du kriegen kannst. Für Transfusionen zum Beispiel, da hatte ich Vertrauen, nur zu einem einzigen. Einer meiner Mannschaftsbosse hat mir die Nummer von Frentice gegeben und gesagt, das ist der Top-Mann unter den Top-Häuten. Der Rest ist Geschichte. Aber Sie beschreiben eine Bluttransfusion im Jahr 2004, die verunreinigt war. Und dann haben Sie blutoriniert, tiefdunkles Blut, haben Schüttelfrost bekommen, Fieber bekommen. Haben Sie da nicht irgendwann gedacht, was mache ich da? Auch an die gesundheitlichen Risiken gedacht, die das haben kann? Da habe ich über alles nachgedacht. Aber damals in der Situation, da hast du die Nase im Lenker. Zurückschauen, sagst du klar, aber wenn du mittendrin bist, im Auge dieses Sturms, dann bist du gefesselt. Ich freue mich, dass nichts passiert ist, dass ich keine Verletzungen davon getragen habe, nicht krank geworden bin. Aber klar, du schaltest schnell hoch und fährst weiter. Und versuchst nicht zu viel darüber nachzudenken, was du da fabrizierst. Selbst wenn Sie nicht so viel darüber nachgedacht haben. Es waren ja Ärzte, die da mit Ihnen gearbeitet haben. Haben Sie sich manchmal gefragt, wie kann das sein, dass Ärzte das machen? Die haben noch einen ganz anderen Berufsethos, normalerweise. Also die Ärzte, die da mit uns gezeichnet waren, waren wirklich die Besten, der Besten. Ich kann nicht dasselbe über alle Ärzte sagen. Ich kann nicht von allen sagen, die haben gedoped. Wahrscheinlich gab es Teamärzte, mit denen ich nie über das Doping gesprochen habe. Aber Fuentes oder Ferrari, da wussten wir es ja. Die Hälfte der Zeit hast du mit denen nur über das Doping gesprochen. Keine Ahnung. Gibt es denn irgendeinen Teamarzt, den Sie kennengelernt haben, der gesagt hat, in irgendeinem Rennstall, in dem Sie waren, das gibt es doch gar nicht, was hier passiert. Da mache ich nicht mit, da distanziere ich mich davon. Oder haben alle mitgespielt? Nein, alle sicherlich nicht. Das Doping hat sich auch verändert im Laufe der Jahre. 1997 war das Wilder Westen, das Doping. Da war das Doping allgemein verbreitet, aber die Jungs hatten noch im Teamfahrzeug, die Klamotten, die gab es im Lunchbeutel, gab es das Doping nach der Pause. 1998 kam ja der Festina-Fall, wo ein Team erwischt wurde mit jeder Menge Produkten. Dann hat sich das auf das umgestellt. Dann kam das Individual-Doping. Das wurde gefördert, aber eben auch abgeschirmt. Dann hieß es, das machst du für dich selber, aber du musstest zum Rennen kommen natürlich vollgepumpt. Ganz klar, Hämatokrit sehr hoch und das kriegst du nur eben mit EPO und Bluttransfusionen. Wenn 80 Prozent, wie Sie sagen, gedopt waren, wenn alle, die vorne mitgefahren sind, gedopt waren, war dann Armstrong einfach der Beste unter den Doper? Kann man das so sagen? Das ist vielleicht nicht ganz fair, denn Sie sprechen da von Waffengleichheit und das hat es sicherlich nicht gegeben. Jeder hat seine Werte, jeder Fahrer hat andere Werte. Jeder kriegt ein bisschen einen anderen Effekt durch die Leistungssteiger. Wenn einer von Natur aus einen niedrigen Hämatokritwert hat, zwischen 41 und 43, wie wir mehr da fahren, dann erzielt er nicht dieselben Vorteile mit dem Doping. Da kommst du auf 50 und dann ist Feierabend, aber andere, oder du kommst auf 50, aber andere bleiben weiter unten. Die kommen nicht über 47, 48. Die haben nur wenig Spielraum für die Steigerung des Hämatokrids. Lenz hatte einen niedrigen Hämatokritwert, soweit ich mich erinnern kann. Aber Ken und ich, wir waren da ein bisschen besser ausgestattet. Hatte Lance Armstrong denn auch exklusiven Zugang zu Dopingmitteln, die vielleicht kein anderer bekommen hat? Weiß ich wirklich nicht ganz genau. Da laufen jede Menge Leute rum, Fahrer damals in meiner Zeit, die das offensichtlich dachten, weil der immer zur Tour kam auf einem ganz anderen Level als alle anderen. Der hat Jan Ulrich manchmal aussehen lassen wie ein Hampelmann. Und diese Veränderung zwischen einem Rennen, das du im Mitte Juni fährst und der Tour de France drei Wochen später, die war sowas von spektakulär. Aber ich weiß es nicht genau, kann es nicht sicher sagen. Aber musst du Lance fragen. Man fragt sich natürlich, wie konnte er so lange, Lance Armstrong und viele andere, aber vor allen Dingen Lance Armstrong, so lange damit durchkommen? Und in dem Zusammenhang fragen wir uns auch, welche Rolle spielte dabei der Weltverband, die UCI? Wir begrüßen an dieser Stelle Silvia Schenk. Sie waren von 2001 bis 2004 Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer und sind jetzt im Vorstand von Transparency International, einer Organisation, die Korruption bekämpfen will. Herzlich willkommen hier bei uns im Sportstudio. Dankeschön. Frau Schenk, wollte die UCI, wollte der Weltverband Armstrong überhaupt erwischen? Also nach dem, was man mittlerweile weiß und was man aus dem USADA-Report über den Fall Lance Armstrong entnehmen kann, muss es sehr viel mehr Informationen bei der UCI spätestens ab 2001 zu möglichem Doping bei Armstrong gegeben haben. Und offensichtlich wollte man dem nicht wirklich auf den Grund gehen. Also ich weiß, ich war ja im Management Committee, also im obersten Gremium von dem Internationalen Verband damals bis 2005. Ich war also noch dort drin, als diese sechs positiven Proben von der Tour 1999 bekannt wurden und hatte damals gesagt, dann sollte man doch trotzdem ein Verfahren gegen Armstrong einleiten. Selbst wenn man weiß, dass es sportrechtlich aus formalen Gründen nachher nicht funktionieren kann, aber dass man wenigstens mal dagegen vorgeht und untersucht. Und wenn es nur symbolisch ist. Und das ist damals völlig abgeschmiert worden, das wollte man nicht. Es wurde ja gerade auch die Tour de Suisse genannt im Jahr 2001. Dazu sagen Sie Folgendes in Ihrem Buch. Lance Armstrong wurde bei der Tour de Suisse, das zeigen wir gleich auch nochmal, positiv auf EPO getestet. Ich weiß es, weil er es mir erzählte. Warum wurde er dann nicht gesperrt? Erklären Sie uns das. 2001 war das, das muss ich korrigieren. Nicht 2003. Er hat es mir erzählt, ins Gesicht gesagt. Klar, die haben mich positiv getestet. Hat ein bisschen nervös gelacht, verlegen gelacht. Das müssen wir irgendwie handeln, hat er gesagt, damit es keinen positiven Test gibt in den Büchern. Ich weiß nicht genau, was gemacht wurde, aber die haben was gemacht. Klar wurden da Vergünstigungen auch ausgetauscht. Wie war denn das Verhältnis zwischen Armstrong und dem damaligen Präsidenten, UCI-Präsidenten, Hein Verbrücken? Wie haben Sie das erlebt? Manchmal waren wir gemeinsam im Teambus zum Etappenstart und Lance am Telefon und wählten eine Nummer. Und hallo, Hein. Er hat ihn immer mit dem Vornamen angeredet, Hein Verbrücken. Klar, das war ein Kumpel. Das hat mich immer überrascht. Armstrong hat ja auch beträchtliche Summen gespendet. Die UCI hat 125.000 eingeräumt. Das ist aber auch von 500.000 die Rede, die Armstrong der UCI gespendet hat. Diese Zahl haben Sie mal genannt. Aber auch Greg Lemond hat diese Zahl genannt. Aber egal, ob es jetzt 100.000 sind oder 500.000 sind. Wie bewerten Sie das? Ist das okay, solch eine Spende anzunehmen? Das ist nicht okay. Und vor allen Dingen nach dem, was man jetzt weiß, mit der Probe von der Tour de Suisse. Es steht ja auf jeden Fall fest, nach dem USADA-Report, dass es damals eine auffällige Probe gab. Es ist noch unklar, weil die UCI dazu die Werte nicht rausgerückt hat, die sie aber wohl noch hat von Lance Armstrong damals. Ob das ein Nachweis von EPO, aber unterhalb dem damaligen Schwellenwert war. Also insofern nicht richtig positiv. Oder ob es entsprechende Blutwerte waren. Aber es gab eine auffällige Probe. Und spätestens dann, wenn man weiß, da könnte ein Dopingvergehen vorliegen, darf man schon überhaupt nichts mehr annehmen. Ich bin aber auch sonst der Meinung, dass ein Verband, der einen Athleten zu kontrollieren hat, von dem kein Geld und keine sonstige Vergünstigung annehmen sollte. Wir haben Heinz Verbrücken eingeladen zu uns in die Sendung. Er hat gesagt, er gibt zu dem Thema momentan aber keine Interviews. Genauso wie Pat McQuaid, der aktuelle Präsident des UCI. Aber trotzdem haben wir Pat McQuaid vor vier Jahren mal zu diesem Thema Spenden gefragt. Und das hat er gesagt. Wir haben eine Spende von Lance Armstrong erhalten, ja. Das war aber bevor ich Präsident wurde. Es war eine relativ kleine Summe und sie wurde dazu verwendet, ein Blutanalysegerät anzuschaffen, um eigene Tests durchführen zu können. Ich habe damit kein Problem. Was sagen Sie dazu, Frau Schäck? Also das Problem ist zunächst einmal, dass Geld angenommen wurde. Das wird nicht mehr bestritten. Das aber über die Jahre, erstmals 2004 gab es eine kurze Notiz dazu. Und ab 2005 wurde dann immer wieder darüber gesprochen, dass sowohl Lance Armstrong als auch Pat McQuaid als auch Heinz Verbrücken immer unterschiedliche Angaben gemacht haben. Was wurde gezahlt? Wie viel? Eine Zahlung, zwei Zahlungen oder wie viele auch immer. Da haben die sich wechselseitig und ineinander widersprochen. Also Pat McQuaid hat sehr unterschiedliche Versionen dazu abgegeben. Und eins weiß ich ganz genau. Heinz Verbrücken hat immer gesagt, er sei so stolz darauf, wie gut die Buchhaltung bei der UCI ist. Und wenn die Buchhaltung gut ist, dann kann man einfach die Bankauszüge vorlegen und kann man sagen, da ist die erste Zahlung eingegangen, da ist die zweite Zahlung eingegangen. Und das haben wir damit gemacht. Und die haben sich bis heute geweigert, auch nur irgendetwas an Dokumenten vorzulegen. Und das zeigt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also mit anderen Worten, wo bleibt die Transparenz? Genau. Okay. Wenn wir sehen, die Rolle von Lance Armstrong. Der Weltverband hat ja einen Prozess angestoßen vor einigen Jahren, der in Richtung Internationalisierung geht. Neue Märkte erobern, neue Märkte erschließen. Wie wichtig war die Figur Armstrong da für einen Weltverband? Oh, he was their golden boy. He was their moneymaker. Der war der golden boy. Die Cash cow. Der Geldbringer. Der hat jede Menge Geld aufgerissen und macht das immer noch. Heute noch. Man muss dazu sagen, Verbrücken ist ja nicht zurückgetreten. Er ist in gewisser Weise aufgestiegen, ist jetzt Vorsitzender der nicht-olympischen Sportarten. Er ist auch im IOC. Würden Sie sagen, er und auch Pat McQuaid, in der Politik sagt man, das Wichtigste ist das Amt, dass es unbeschadet bleibt. Finden Sie Verbrücken und McQuaid sollten ihre Ämter zur Verfügung stellen? Also aus meiner Sicht haben sowohl McQuaid als auch Verbrücken jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Deshalb wird es für sie zumindest sehr, sehr schwierig sein. Erstmal für McQuaid in der Rolle als UCI-Präsident das zu leisten, was jetzt passieren muss. Tyler hat es ja schon gesagt. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden. Und vor allen Dingen muss es auch neue Strukturen für die Zukunft geben. Ich kann mir schwer vorstellen, wie die das hinbekommen wollen. Und man muss sehen, dass Hein Verbrücken als Vorsitzender von Sportakkord nicht nur für die nicht-olympischen, sondern für alle internationalen Spitzenverbände einschließlich der olympischen zuständig ist und sich dort immer gerade jetzt für Good Governance und Integrität einsetzt. Und wie er das glaubwürdig rüberbringen will, das möchte ich auch gerne wissen. Sollten die beiden zurücktreten? Wenn Sie diese Transparenz ablehnen, und das ist ganz klar, dass Sie das weiterhin tun werden, dann ist der Moment wohl gekommen, dass Sie abtreten und jemand mit einer neuen, unverbrauchten Haltung sich an die Arbeit macht. Das ist doch ein Witz. Zu dem Thema auch nochmal Pat McQuaid vor einem Monat. Zum Thema Verantwortung. Ich übernehme keine Verantwortung. Nicht für das Doping von Lance Armstrong oder dem US Postal Team. Sie waren erwachsen und wussten, was sie taten. Sie waren es, die betrogen haben. Und nun tragen sie die Konsequenzen. Was ich kann, ist die Lehren daraus ziehen und eintreten für eine neue Generation von Fahrern. Wenn schon die neue Generation angesprochen ist, man fragt sich natürlich, wie geht es jetzt weiter? Und wer hat heute was zu sagen im Radsport? Und wenn wir da mal genau hingucken, wer ist denn heute Teammanager? Da finden wir sehr viele mit Doping-Vergangenheit. Rolf Aldag, Alexander Winokurov, Bjarne Ries, Jonathan Wauters. Und das ist jetzt nur die jüngere Generation, die wir da sehen. Wie glaubwürdig ist ein Neuanfang mit altem Personal, Frau Schenk? Also das geht überhaupt nicht. Nach unseren Erfahrungen im Antikorruptionskampf ist völlig klar, dass man solche Netzwerke zerschlagen muss. Dass man auch die Mitwisser zerschlagen muss. Und das, was der Pat McQuaid, ich kannte dieses Zitat noch nicht, da eben gesagt hat. Also das ist eigentlich unglaublich. Man hat ja gerade aus der Schilderung von Tyler vorhin gehört, es waren natürlich die Fahrer, die nachher das Zeug geschluckt oder das Blut sich haben transfundieren lassen. Aber es waren Ärzte und zunächst mal muss man ja eigentlich seinem Arzt vertrauen. Es war das gesamte Umfeld. Und der Pat McQuaid war selber in den 70er Jahren Fahrer. Sein Sohn ist gefahren, sein Bruder ist im Cycling-Business. Dass er jetzt so tut, als hätte er nichts mitgekriegt. Also entweder ist er sowas von doof, dass man sagen muss, das geht schon gar nicht. Oder, also ich bin jetzt doch etwas empört über dieses Zitat da eben. Um das Bild komplett zu machen, haben wir heute mit dem aktuellen BDR-Präsidenten gesprochen, Rudolf Scharping, über die Situation im Radsport. Was ist denn notwendig, damit dieser Neuanfang auch glaubwürdig vonstatten geht? Das ging mit dem Festina-Skandal 1998 los und war ein versautes Jahrzehnt. Versorgt mit EPO und das muss Konsequenzen haben. Auf der internationalen Ebene, in dem die UCI jetzt wirklich rückhaltlos aufklärt und dann auch aufräumt. Auf der nationalen Ebene, in dem die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Behörden und Sportverbänden weiter verbessert wird. Da gibt es immer noch erheblichen Bedarf. Aber trotzdem die Frage, kann es denn auch mit dem gleichen Personal funktionieren, auf dem Weltradverband, die auch bislang in den letzten 10, 15 Jahren die Verantwortung getragen haben? Oder muss man für einen glaubwürdigen Neuanfang auch personelle Konsequenzen ziehen? Wie sieht die BDR das? Da decken sich ja recht staatliche und journalistische Grundsätze. Erst aufklären, dann kommentieren bzw. Konsequenzen ziehen. Aber Konsequenzen, das kann man jetzt schon sehen, sind unausweichlich. Wenn man sich die Teams anschaut, kann man ja sehen, dass in sehr vielen Teams auch Personen in verantwortlicher Position sind, die eine Doping-Vergangenheit haben. Ist denn mit denen auch ein Neuanfang, ein Schritt in die Zukunft überhaupt möglich? Ja, Reue gesünder, wenn die Reue glaubwürdig ist und die Umkehr konsequent, die soll man nicht dauerhaft vom Leben ausschließen. Deswegen lädt ja das ZDF auch Tyler Hamilton ein. Vielen Dank. Tyler Hamilton, wir wollen den Kreis nochmal größer ziehen. Sie haben Ärzte intensiv kennengelernt. Haben die Ihnen gegenüber auch mal gesagt, dass Sie auch Sportler anderer Sportarten betreuen? Ja, Del Moral, der im Postal-Team als Arzt tätig war. Funtis hat das auch erwähnt. Welche Sportarten? Andere. Fußball? Könnte sein. Warum wollen Sie damit jetzt nicht so raus? Sie sind doch in allen Bereichen offen. Jetzt habe ich so das Gefühl, Sie lavieren so ein bisschen. Ja, das stimmt ja. Tennis hat er gesagt von Fußball. Mit welcher Logik, Frau Schenk, sollte systematisches Doping, die es im Radsport gibt, nicht auch in anderen Sportarten geben? Also das gibt es sicher auch im Radsport, in anderen Sportarten, wobei, wenn man den USADA-Report gelesen hat, also das, wie das von Armstrong aus auch immer gesteuert wurde, ist schon sehr speziell. Das wird es nicht so oft geben, aber natürlich gibt es Doping in anderen Sportarten. Man muss aber immer sehen, das Risiko ist natürlich dann größer, wenn Doping besonders viel bringt. Und auch der USADA-Report sagt, dass gerade bei so langen Etappenrennen Doping natürlich einen ganz besonderen Effekt hat. Deshalb ist Radsport besonders gefährdet. Andere Sportarten sind etwas weniger gefährdet. Und der Radsport hat bis heute, und deshalb kann man nicht nur vom verlorenen Jahrzehnt reden, sondern man ist noch mittendrin in dieser Situation. Deshalb muss der Radsport völlig andere Maßnahmen noch ergreifen als andere Sportarten. Je höher das Risiko, desto höher müssen die Gegenmaßnahmen sein. Zum Ende nochmal zu den beiden Personen, mit denen wir angefangen haben. Zu Ihnen und zu Lance Armstrong. Lance Armstrong kommt aus Austin, Texas. Er hat dort viel aufgebaut, Arbeitsplätze geschaffen, er hat eine Krebsstiftung aufgebaut, ist ein lange Zeit ein sehr angesehener Bürger Austins gewesen und ein Radweg ist nach ihm benannt worden. Lance Armstrong Bikeway. Wenn Sie jetzt Bürgermeisterin und Bürgermeister von Austin werden, behält dieser Radweg den Namen oder nicht, Frau Scheng? Ich hätte das gar nicht aufgestellt, aber spätestens jetzt müsste dieses Schild abgebaut werden. Ja, das ist wohl auch Zeit, dass das Schild wegkommt. Und wenn wir zu Ihnen persönlich kommen, Sie haben als dopender Radsportler Geld verdient. Jetzt nochmal, als jemand, der über Doping berichtet mit dem Buch, verdienen Sie Geld, sind Sie ein Doping-Doppelverdiener? Ich habe auch gut Geld verloren mit dem Doping, auch viel ausgegeben, einen Haufen, den größten Teil meiner Ersparnisse für den Kampf, als ich dann positiv getestet war, mich zu wehren gegen die VADA, gegen die UCI. Klar, wahrscheinlich verdiene ich Geld mit dem Buch, nicht so wahnsinnig viel, aber das ist meine Story. Ich habe auch viel Zeit zugebracht, zwei Jahre daran geschrieben. Wenn wir trotzdem gucken, wie Sie beschrieben haben, dass Sie sogar Ihren Vater belogen haben, haben Sie auch Anteil daran, dass jetzt Journalisten, alle anderen, einfach wenn Sie Sportler sagen hören, ich dope nicht, einfach misstrauisch sind, vielleicht keinen Generalverdacht haben, aber zumindest generelle Vorsicht jetzt haben bei solchen Sätzen? Haben Sie einen Anteil daran, durch Ihre Lügen sozusagen auch an Ihren Vater, dass man heute Sportlern nicht mehr so traut, wenn Sie sagen, ich dope nicht? Das ist leider so. Meine Vergangenheit hat dazu beigetragen, dass die Leute heute Nacht auch die sauberen Fahrer von heute verdächtigen, das tut mir leid. Alle wollen schönen Sport sehen und an die Bilder glauben, die sie da sehen. Klar. Alles, was ich tun kann, ist Hilfe anbieten und ich will mich engagieren. Dafür bin ich da heute. Ich möchte nicht das generell misstrauen. Ich möchte, dass die Leute ihre Helden haben. Letzte Frage. Wir wissen, Sie leben in Montana, wir haben Bilder gesehen. Wie geht es Ihnen heute? Oh man, I'm a little tired. Oh man, ein bisschen kaputt, ist ein bisschen viel los seit ein paar Monaten, aber es geht mir doch auch viel, viel besser. Ich habe das Gefühl, einen Neuanfang im Leben geschafft zu haben, diese lange Zeit mit Lügen vor aller Welt, auch nach dem Karriereende weiter gelogen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss diese Omerta, dieses Schweigegelöbnis mit ins Grab nehmen, habe ich eine Weile geglaubt. Aber ich habe nicht gedacht, dass das mit dem Buch irgendwann mal so rauskommt. Aber ironischerweise gab es ja diese bundesrichterliche Untersuchung, wo ich die Wahrheit sagen musste. Und was Besseres hätte mir nicht passieren können. Es kam raus und es ist raus und ich bin glücklich darüber und freue mich über diese Veränderung meines Lebens. Ich bin sehr glücklich verheiratet. Wo sitzt sie? Wir haben gerade unseren ersten Hochzeitstag begangen. Lindsay, wo sitzt du? Ich habe das Gefühl, das war ein Glück, dass ich sauber werden konnte. Die Leute sind auch ordentlich mit mir umgegangen unter diesen Umständen, mit einem, der so lange gelogen hat und betrogen hat. Und die geben mir eine zweite Chance, habe ich das Gefühl. Und das empfinde ich als großes Glück und ich werde auch das honorieren für den Rest meines Lebens und hoffe auch, den Guten helfen zu können. Mir bleibt nicht mehr zu sagen als Danke, Silvia Schenk. Danke, Tyler Hamilton. Danke. 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 Vielen Dank.